Yo Leute, was geht und willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute mache ich mal die mit Null Kills Gewinnen Challenge. Viel Spaß! So, dann landen wir mal einfach mal in Dusty Devo. Ich habe jetzt einfach mal alles, was so ein bisschen mit Tarnfarben-Look und so alles dazu passt, ausgewählt. Und dieser Skin, den ich gerade habe, Leute, wenn ihr mich fragt, der passt einfach perfekt zu diesem Modus. Ist ja so ein Sniper-Skin und auf jeden Fall, auf jeden Fall schon wieder weg. Ich darf ja keine Kills machen, also würden wir Waffen nichts bringen. Am besten, ich, ja, alles klar, was war das? Am besten, Leute, das ist nur für diese eine Challenge. Bitte nimm es mir nicht böse. Würde ich, äh, vielleicht einen Busch, ja, ich weiß, einen Busch, äh, nehmen, damit ich mich ein bisschen verstecken kann. Oh, perfekt. Ich, ich, ich hätte nie geglaubt, dass ich diesen Satz mal sage, aber zum Glück haben wir jetzt mal einen Busch. Ich habe den Busch, glaube ich, nur einmal oder zweimal, äh, genutzt. Und zwar an dem Tag, als er rausgekommen ist. War das ja auch noch alles neu und cool. Aber für diesen Modus, äh, ist, brauche ich den unbedingt. Habe ich noch einen zweiten Busch? Alles klar. Äh, falls ich mich dann angeschossen werde. Eigentlich ist der Modus schon gut, ohne Kills, ähm, zu gewinnen. Denn, ist ja nur mit Snipern. Ich hoffe, dass ich irgendwie Greifhaken oder noch mehr Ballons oder noch mehr Bandages finde. Weil, äh, die werde ich auf jeden Fall sehr brauchen. Aber irgendwie nervt das auch schon. Oh, zum Durchziehen. Ja, nice. Ich, ich, ich hätte nicht gesagt, dass ich sowas irgendwann mal sage, dass ich schnell durchziehen kann oder so. Aber, was soll ich denn ohne Waffe machen? Ich darf ja niemanden killen. Deswegen, ja, gucke ich jetzt einfach mal, was hier so abgeht. Hm, ich glaube, ich nehme mir so einen Quad und hole mir dann ein Flugzeug. Das wäre, glaube ich, die beste Möglichkeit. Denn, ja, ich mache es jetzt einfach mal. Ich, ich glaube, ich habe sogar die grüne Farbe ausgewählt, damit man mich nicht so gut finden kann. Äh, ich gucke ganz kurz. Ja, perfekt. Dann kann man mich nicht mehr so gut finden. So, mal sehen, wo ist ein Luft, äh, Flugplatz. Da ist ein Flugplatz. Aber, da ist die Zone. Das ist blöd. Äh, das ist wirklich sehr blöd. Hehe. Alles klar. Danke erstmal. Man kennt ihn. So. Theoretisch. Ich, 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 ich fahre einfach mal da hin. Äh, ah, falls dort nichts ist. Ich kann einfach so machen. Oder? Äh, das finde ich ja auch blöd. Dass die Physik, der, äh, nein. Komm bitte. Oh, 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 oh. Durchziehen. Ich, jetzt heißt es durchziehen. Dass die Physik, äh, von den Spielern halt so ist. Dass man auch langsamer dadurch ist. Aber, äh, nicht gleich höher fliegt. Egal. Alter, hier geht ja die Party ab. Dann fahre ich erstmal zu diesem Point. Zu den Flugzeugen. Und da wird erstmal schön gefightet. Ja, wow. Komm. Komm, Flugzeuge. Oh, ich zieh durch. Gibt's hier überhaupt Flugzeuge in dem Modus? Nee, die wurden ja removed. Ja, ich zieh durch. Ich hab voll vergessen. Die würden ja viel zu okay sein. Ich hab jetzt nicht die Patchnote oder so. Geno-Scoped. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt in Zugriff fliegt wurde. Also, auf jeden Fall hab ich jetzt nicht die Patchnote oder so durchgelesen. Aber, es könnte, könnte ich mir auch von vornherein denken, dass in so einem Modus, äh, keine Flugzeuge oder so sind. Oder Turits oder keine Ahnung. Was auch immer, was so OP ist. Denn, die würden viel zu OP sein, ähm, für den Modus halt. Weil, komm, da fliegst du mit so einem Flugzeug mit so zwei MG's und, und da kann man sich nur mit Sniper werden und du hast keine Chance. Ja gut, ähm, dann geh ich so weit wie möglich in die Zone und versuch mich irgendwie zu verstecken als Bus zu tarnen. Das wäre, glaub ich, auch die beste Lösung. Ich glaub, auf den Berg am besten hin. So, ich glaub, ich geh einfach mal da oben hin. Hm, so. Oh, bitte hat er mich nicht gesehen. Bitte hat er mich nicht gesehen, dass wir das sehen. Ja, moin. Egal. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und falls du nichts mehr verpassen willst, dann lass doch ein Abo da und teile unbedingt das Video mit deinen Freunden. Ciao.